also Sahra Lager schönes Auto, oder? das Sahra Lager 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 Lager das Sahra Lager Lager und nach geht's ins freibad was kommt da jetzt? heute ist auch Stramo in Würzburg und nächste woche ist dann das stadtfest in Würzburg Stramo ist in Würzburg das kleine Künstlerfestival für Straßenkünstler ja, das ist das ganze Fahrerlager ok, das nix hey, für den Fernsehen Servus ja, das sind alles voller Fahrerlagers ist das alles das ist das Ja, das ist aber nicht viel Okay, wieder zurück Da ist der Quad, steht hier